Let's play Tomb Raider Underworld Sonst fängt hier nämlich gleich das Intro schon an Und ich habe mich gerade informiert, wann das Spiel eigentlich rauskam Und das war tatsächlich 2008 Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet Ich dachte irgendwie, das ist von 2010 oder so Und ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie gespielt Ich habe damals zum Release zugeschaut, wie es jemand gespielt hat Also da war es kein Let's Play, sondern ganz real zugeschaut Habe es aber nie selber gespielt Dementsprechend freue ich mich jetzt sehr darauf Kann mich auch eigentlich an gar nichts mehr erinnern Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los Viel Spaß bei Tomb Raider Underworld Ja, das können wir löschen Ich habe gerade eine kurze Testaufnahme gemacht Und wir starten, denke ich mal, auf normal Das wird höchstwahrscheinlich mein Verhängnis, aber egal Croft Männer brennt Das ist gar nicht gut Und was ich gerade vergessen habe zu sagen Das Ganze schließt an an die Ereignisse in Tomb Raider Legend Und wir erinnern uns, dass Lara da auf der Suche nach ihrer Mutter war Die angeblich irgendwo in Avalon sein sollte Sofern ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe Ja, ich würde sagen, wir sollten uns beeilen Hier bricht gleich alles zusammen Aua Drücken Sie A, um zu springen Jawohl Und vielleicht nicht ins Feuer Das ist nicht ganz so klug Hier haben wir auch schon direkt einen Hebel Also die Steuerung ist, glaube ich Wie bei den anderen Teilen auch Wow B, um sich zu ducken oder abzurollen Ah, und hier brauchen wir mal wieder den Haken Ah, die Musik gefällt mir gerade gar nicht Ah, okay Da können wir dran springen Oh, oh Okay, nach oben springen Wir können auch wieder ein bisschen schneller klettern Das ist sehr schön So, kommt sie darüber Nein Wow, das geht ja super los Auf jeden Fall Das gefällt mir doch Aber ich weiß, wie es geht Ich glaube, ich bin einfach nur ein wenig doof gesprungen So, runter Am besten hier ganz an den Rand Weil eigentlich müsste sie doch dahin kommen Jawohl Befägliche Objekte Okay, das schieben wir genau hier hin Schnell da hoch Ich finde das krass, dass es hier echt schon so direkt zur Sache geht Oh, wo muss ich hin? Wow Oh shit Ach du Scheiße Das sieht gar nicht gut aus Da oben ist ein Ring befestigen, den Haken Um zu springen Ja Wow Durchs Feuer Okay, Moment Kommen wir eigentlich hier in die Tür rein? Nee, leider nicht Drücken Sie B Achso, hier muss ich nach unten Gut Pass auf Warten Sie, das ist Lara Ich weiß Verstöne mit stress ч Hey, Lara. Was gefunden? Geduld, Sip. Ich habe doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... Wir haben darüber geredet... Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies Hof hält, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit. Egal, wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Der Weg nach Avalon. Ja, sehr cool. Wir befinden uns hier, soweit ich weiß, auf dem Mittelmeer irgendwo. Und sie hat sich ein wenig verändert, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Jahr Tomb Raider Legend und Anniversary sind. Das weiß ich gerade nicht, aber sie hat sich ein wenig verändert. Dafür aber noch die gewohnte Stimme, die ich sehr cool finde. Im neuesten Tomb Raider Teil, also dieser 2013er, haben wir ja die Stimme von Nora Chirna, die ich nicht schlecht finde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hier ist schon ein wenig cooler. Und ich glaube, wir springen direkt mal ins Wasser. Irgendeine alte Ruine da unten. Ich versuche erstmal, so weit wie möglich nach unten zu kommen. Das sieht schon ziemlich cool hier aus. Und wir haben gerade schon den Hinweis bekommen, ja, wir bekommen ihn wieder. Wie wir hier auf Feinde schießen können. Ah, da war doch einer. Ich habe ihn gesehen. Ein Hai. Na Mensch. Bist du tot? Ich hoffe es. Nein, die sind nicht tot. Ich dachte, der wäre tot. Ah, jetzt aber. Okay, den kriegen wir auch noch. Ich würde die hier echt sehr gerne erstmal töten, bevor ich weitermache. Weil sonst überraschen die mich nachher noch. Lara, es wäre sehr schön, wenn du den hier anvisieren würdest. Auf den hier schießen würdest. Aber nein. Wow. Das war knapp. Na, komm her. Ja, jetzt kommen sie beide. Genau. Erst will keiner. Und dann kommen beide. Aber ich glaube, das war es jetzt. Oh, das sieht schon richtig cool hier aus. Dann schwimmen wir doch mal hier rein. Drücken sie back, um den PDA zu aktivieren. Okay, was haben wir da? Sonarkarte, Gebietsinfo. Aha. Oh, 26 Schätze. Sechs habe ich. Warum habe ich sechs? Ich habe nur eine Testaufnahme gemacht und kann mich nicht daran erinnern, hier einen gefunden zu haben. Oh, okay. Wir schwimmen erst mal hier hin. Und da unten haben wir eine Art Hebel, den wir auch brauchen, da wir ja dieses Tor hier irgendwie öffnen müssen. Wir brauchen aber noch einen. Und ich kann mal zugeben, in der Testaufnahme vorhin habe ich das schon gespielt. Und ihr seht ja, dass hier oben schon einer drin ist. Also eins dieser Räder. Ja, und in der Testaufnahme habe ich dann auch den zweiten gefunden, habe aber nicht gesehen, dass der dritte bereits drin ist. Und bin hier ewig lange rumgeschwommen, um den dritten zu suchen, der aber gar nicht da war. Und ich muss nochmal gerade... Ah, so kann ich schneller schwimmen. Also ich finde es sehr cool. Auch, dass man jetzt so eine Sauerstoffmaske hat. Ah, Lichtsystem, okay. Dass man jetzt eine Sauerstoffmaske hat und nicht immer so mit der Energie und der Luft ringen muss, wie es sonst der Fall war. So, hier ist das zweite Ding. Wir schwimmen. Moment. Mal eben hier hin. Aber ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Kann sie jetzt auch schnell schwimmen mit dem Ding? Nein, ich glaube, das geht nicht. Können wir das Licht auch mal wieder ausmachen? Ah, Medipacks haben wir, wenn wir nach oben drücken. Das ist gut. Das werde ich bestimmt das eine oder andere Mal aus Versehen machen, obwohl ich es gar nicht möchte. Das kennen wir ja noch von Anniversary und Legend. So, das Rad stecken wir hier rein. Und jetzt müssen wir die drei Räder drehen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, es müssen die gleichen Symbole hier aufleuchten. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, welche es sind. War es das hier? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, es war tatsächlich dieser Ring hier, den wir hier links haben. Deshalb drehe ich mal das hier. Dann haben wir das Ding nämlich oben. Dann eigentlich nur noch den hier einmal. Und den hier dann zweimal. Das sind doch die gleichen, oder? Das hoffe ich. Nicht, dass ich hier jetzt totalen Quatsch mache. Nein, das hat funktioniert. Sehr schön. Oh, ich finde das mit den Quallen hier so cool gemacht. Wobei... Ja, LB, um zu sprinten oder schneller zu schwimmen, das habe ich schon verstanden. Wobei die Quallen natürlich nicht gerade freundlich zu Lara sind. Deshalb ein wenig vorsichtig hier durch. Ja, sehr schön. Wow! Wow! Was war das? Ein Aal? Sowas wie eine Seeschlange? Ich weiß es nicht. So, kommen wir hier schon hoch? Jawohl! Sehr schön! Gut. Und wie immer ist sie natürlich nass, wenn sie aus dem Wasser steigt. Das finde ich ja jedes Mal ziemlich cool gemacht. Und wie ihr seht, stehen hier ab und zu mal ein paar Vasen oder andere Gegenstände rum, die man zertreten kann. Ich glaube, da habe ich in der Testaufnahme einen Schatz drin gefunden. Wow! Das war cool, Lara. Und sie kann auch, das möchte ich gerade mal eben ausprobieren, so ganz cool irgendwie an die Wände springen. Ja, so. Finde ich total geil. Werden wir auch bestimmt das ein oder andere Mal noch brauchen. Okay, da geht's hoch. Ist auch sehr schick in ihrem Badeanzug oder ja, Taucheranzug. Das sieht auf jeden Fall schick aus. So, nach oben. Moment, da sind Vasen, die möchte ich sehr gerne zertreten. Also, ich werde hier, das wisst ihr ja, das habe ich bei den anderen Teilen auch so gemacht. Ich werde hier kein 100% Run oder so machen. Moment, wo kommen wir denn da hin? Also, ich werde nicht alle Schätze suchen. Ich werde wirklich nur das mitnehmen. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde nur das mitnehmen, was ich wirklich auf meinem Weg so finde. Und wenn ich dann mal ein oder zwei Schätze nicht finde oder auch zehn oder zwölf, dann ist das auch nicht so schlimm. Und hier runter, da runter und hier runter. Okay, zwei Schlangen, würde ich mal sagen. Es sind Schlangen. Machen wir mal das Licht an. Und an dieser Stelle, also bis hierhin habe ich auch in der Testaufnahme gespielt, hatte ich echt ein paar Probleme. Weil diese Gewichte hier, die müssen wir nämlich da drauflegen. Mit B kann ich die ablegen. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Hoffe ich doch. Wenn ihr dabei Probleme haben solltet, falls ihr das selber spielt, es kann nämlich sein, dass diese Steinblöcke einfach nicht liegen bleiben wollen. Das war bei mir der Fall und die sind überall rumgesprungen. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass man in den Grafikeinstellungen diese V-Synchronisation, ich weiß übrigens gar nicht, was das ist, was das überhaupt soll, dass man die an- oder ausstellen soll. Also ich musste sie jetzt einstellen und dann funktioniert das Ganze hier auch. So, und beim ersten Mal in der Testaufnahme habe ich echt da ewig gebraucht, um hier irgendwas rauszufinden. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Proto-Nordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Aha, Niflheim. Gehen wir da doch einfach mal weiter und schauen, was uns erwartet. Schön, dass ich direkt jetzt mal zum Anfang weiß, wie der Hechtsprung funktioniert. Ich habe es ja in den anderen Teilen so gut wie nie hinbekommen oder erst ganz zum Schluss. Diesmal weiß ich es direkt. So, haben wir hier noch was Schönes? Vielleicht mal... Laura, was machst du? Vielleicht mal ein Medi-Pack. Ich habe nämlich noch gar keins. Und ich hätte sehr gerne eins. Komme ich da einfach so runter? Okay, Moment. Kann ich mich runterlassen? Kann ich, aber das bringt mir nichts. Okay. Nee, ich glaube, von hier geht es nicht weiter. Die Kamera ist manchmal ein bisschen schnell, finde ich. Nee, Moment. Hier bin ich auch nicht richtig. Gehe nochmal runter. Ähm. Wo? Ah, ich muss nach oben. Okay. Nein, ich komme von hier gar nicht nach oben. Warum komme ich von hier nicht nach oben? Das geht echt nicht. Moment, ich kann aber auch nicht... Hallo? Was ist denn jetzt los? Ach, natürlich. Natürlich. Ich muss hier durch. Kann ich auch ein bisschen schneller laufen? Nee, leider nicht. Aber da können wir uns wenigstens ihren schönen trainierten Popo angucken. Ist ja auch immer ganz nett. So. Ah, Moment. Was war das denn? Ach, das war ein Medipack. Ja, cool. Ist da hinten noch irgendwas? Nein. Da können wir rein theoretisch rüber. Okay. Oh ja. An das erinnere ich mich. Das Einzige, an das ich mich erinnere. Aber auch nur, weil ich gerade bis hierhin schon gespielt habe. Oh, der ist ja nett. Hoffentlich ist er so wehend, wie er aussieht. Boah. 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 Tması. Beoc So.